Herzlich willkommen liebe 1000 PS Fans zum Test des HEPCO und PECCA Zubehörs für meinen Dauertester Triumph Tiger 800 XRX. Natürlich geht es in dem Test des HEPCO und PECCA Zubehörs vor allem um Koffersystem und Gepäcksystem, aber ich muss meine Tiger 800 XRX auch einmal loben, das ist ein wirklich ausgezeichnetes Motorrad, sie hat keine Star-Allüren, sie macht einfach nur das, was man von ihr will, ein Allround-Talent, weshalb ich auch ja eigentlich die Tiger 800 in der XRX-Version genommen habe, damit ich mir dann schöne HEPCO und PECCA Koffersysteme drauf schnallen kann. Ich habe mir da ein relativ kleines Sortiment gewählt, im Vorjahr habe ich ja meine Suzuki V-Strom ziemlich arg aufgemöbelt, sagen wir mal so. Die Tiger 800 XRX ist jetzt auch aufgemöbelt, aber mit ein bisschen weniger, weil ich es ja wieder selbst montieren wollte und auch ein großes Lob an HEPCO und PECCA, man braucht keine Werkstatt, man muss es nicht extra zu einem Mechaniker geben, um die Sachen montieren zu lassen, das kann man ruhig selber machen. Ich habe für alle Sachen Seitenkoffer, Topcase, Tankrucksack, dafür muss man den Tankring montieren und das Scheinwerferschutzgitter, knappe drei Stunden gebraucht. Habe aber einmal auch den vorderen Fußraster abmontiert, obwohl eigentlich der Beifahrerfußraster als Montagepunkt dient. Ja, insgesamt drei Stunden, also das ist sicher in einer Stunde von einem halbwegs fähigen Menschen zu bewerkstelligen. Ja, ich beginne gleich einmal bei dem, was ich hier direkt vor mir sehe. Es ist der Tankrucksack, der nennt sich Street Enduro, fast 15 bis 20 Liter laut HEPCO und PECCA. Es ist ein sehr praktisches Ding, weil er per Magnet-Tankring montiert wird, also einfacher geht es nicht, einfach vorne an der Lasche ziehen und man kann den Tankrucksack ganz einfach abziehen. Ich habe es schon probiert, man hat ein Fach für Karten, wo man auch Hände oder sonstiges hineinstecken kann. Das funktioniert natürlich auch tadellos, das kennen wir ja schon. Der Tankring ist auch relativ leicht montiert mit sechs Schrauben und die Kosten belaufen sich auf 160 Euro für den, 159 Euro für den Tankrucksack und knappe 40 Euro noch für den Tankring dazu, also 200 Euro. Und man kann so knapp 20 Liter ganz ausgesprochen komfortabel transportieren. Wo man dann natürlich um einiges mehr hineinbekommt, ist das Koffersystem am Heck meiner Tiger 800XRX. Auf der rechten Seite, auspuffbedingt, ein kleinerer Koffer mit 30 Liter Fassungsvermögen. Ich sitze auf dem 40 Liter Koffer auf der linken Seite und hinten haben wir noch ein Topcase, das ist überhaupt ein sehr breites Modell mit 45 Liter Fassungsvermögen. Also wenn ich jetzt rechne, 85 plus 30, 125 Liter, ja stimmt eh, 125 Liter Fassungsvolumen. Ja, also ich schätze mal, da haben einige Kleinwagen nicht so viel und Sportwagen haben so und so meistens weniger. Man bekommt eine Menge hinein. Robust sind sie auf alle Fälle. Es ist ein Alu-Kunststoff-Mix. Das heißt, das Alu gibt die nötige Stabilität, Steifigkeit. Und der Kunststoff an den Ecken, naja, der verzeiht auch einige Rempler, beziehungsweise wenn der Koffer mal runterfällt, wenn man ihn wegtragen möchte. Dieses System ist ja nicht nur für Leute wie mich, die es einfach wollen, weil es schön ausschaut, sondern auch wirklich für Abenteurer, die ein stabiles System brauchen. Und da hat Hepco & Becker ein tolles System, vor allem auch wegen des Einschlüsselsystems. Ich kann alle drei Koffer, also Topcase und die beiden Koffer mit einem Schlüssel öffnen. Und ich kann auch den Verschluss, also den Mechanismus am Seitenkofferträger und am Topcase-Träger mit einem einzigen Schlüssel öffnen. Das ist eben extrem praktisch. Und ja, abgenommen ist er auch extrem schnell, sowohl der Seitenkoffer als auch das Topcase. Also ein ausgezeichnetes System. Vom Preis her, naja, günstig, sage ich einmal, ist es nicht. Es kosten die Koffer jeweils knapp über 300 Euro, sowohl der 30- als auch der 40-Liter-Koffer. Und das Topcase ist dann das teuerste. Ich glaube, mit 330 Euro schlägt es zu Buche. Ja, nicht unbedingt ein billiges System, aber definitiv ein ausgezeichnetes System. Und wenn man sich überlegt, wenn der Spruch gilt, wer billig kauft, kauft doppelt, na, da kaufe ich lieber gleich so eins, weil dann spare ich im Endeffekt ja eigentlich eine Menge Geld, weil das System sicher für ewig auf einem Motorrad halten kann. Ja, was ich unbedingt halt auch wollte, war ein etwas abenteuerlicherer Look auf meiner Tiger 800 XRX. Und dafür habe ich das Scheinwerfer-Schutzgitter gewählt. Das ist wirklich watschen einfach zu montieren. Einfach die vier Schrauben des herkömmlichen Scheinwerfers abmontiert, die Schrauben mit dem Schutzgitter, die neuen Schrauben, die längeren, drauf montiert. Und die Sache ist befestigt, hält bombenfest. Und schaut natürlich extrem cool aus, dass dieses Schutzgitter eigentlich den Zweck hat, Steine vom Scheinwerfer fernzuhalten. Deswegen, ja, das ist so, aber für mich war es eher der Abenteuer-Look und der ist eindeutig gegeben. Schlägt mit knapp über 80 Euro zu Buche. Das heißt, Fazit, insgesamt ein ausgezeichnetes System, das meiner Meinung nach reicht. Ich habe da extrem viel Stauvolumen, insgesamt fast 150 Liter samt Topcase. Da kann ich wirklich auf Reisen gehen. Da kann ich mit meinem Sozius oder meiner Sozia eben ausgezeichnet auch wahrscheinlich eine Woche auf Tour gehen. Das System funktioniert ausgezeichnet. Preislich sind wir mit dem, allem, was ich aufmontiert habe, über 1500 Euro. Aber ich sage einmal, das schaut gut aus. Es funktioniert ausgezeichnet und es macht die Triumph Tiger 800 XRX, die ja von Haus aus schon ein sehr universelles Motorrad ist, eben noch praktischer und noch abenteuerfähiger. Wenn euch meine Berichterstattung über das Hepco und Becker Zubehör gefallen hat, dann gebt mir einfach einen Daumen hoch. Wir haben natürlich auch noch viele, hunderte andere Videos in unserem 1000 PS YouTube Kanal. Meldet euch an und dann werdet ihr immer am neuesten Stand von uns gebracht, was Neuheiten und was unsere neuesten Videos betrifft. Danke fürs Zuhören.